Mastitis natürlich behandeln – 6 Tipps Lasse dich von deinem Arzt beraten, bevor du zu diesen Hausmitteln greifst. Die Mastitis ist Entzündung der Brustdrüse, bei der es zu Rötungen, Schwellungen und Schmerzen im Brustbereich kommt. Sehr oft sind davon stillende Frauen betroffen, doch eine Infektion kann auch andere Gründe haben. Wir zeigen dir heute verschiedene natürliche Behandlungsmöglichkeiten, um die Symptome bei Mastitis zu lindern. Zusätzlich zu den erwähnten Beschwerden kann es auch zu Fieber- und erkältungsähnlichen Symptomen kommen. Bei einer Mastitis kommt es zur Verstopfung der Milchgänge. Meist wird die Entzündung durch Bakterien, wie Staphylococcus aureus, verursacht, die über die Brustwarze eindringen. Für das Baby ist das kein Problem. Doch wenn die Entzündung nicht entsprechend behandelt wird, kann es zu Folgebeschwerden kommen. Natürliche Behandlungen können sehr effektiv sein. Doch vergiss nicht, dich zuerst ärztlich untersuchen und beraten zu lassen. Erster Thymian gegen Mastitis Mit Thymian befeuchtete Umschläge wirken entzündungshemmend und antibakteriell. Damit kannst du die Heilung der Entzündung beschleunigen. Durch das Auflegen auf die gereizten Brustwarzen kannst du Schmerzen und Rötungen lindern. Zutaten 1 Esslöffel Thymian 15 Gramm Eine Tasse Wasser 250 Milliliter Zubereitung Den Thymian mit kochendem Wasser überbrühen und 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb gießen. Verwendung Ein Tuch mit dem Tee befeuchten und 20 Minuten lang auf die Brüste auflegen. Wiederhole diese Behandlung nach Bedarf zweimal am Tag. 2. Rosmarin gegen Mastitis Die weichmachende und antiseptische Wirkung von Rosmarin kann dazu beitragen, die Symptome einer Brustentzündung zu lindern. Damit wird der Milchfluss stimuliert und Reizungen können gelindert werden. Zutaten 2 Esslöffel Rosmarin 30 Gramm Eine Tasse Wasser 250 Milliliter Zubereitung Den Rosmarin mit siedendem Wasser überbrühen und 20 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb gießen, um die Feststoffe zu entfernen. Anwendung Befeuchte ein Tuch mit dem Tee und lasse es 15 Minuten lang auf der Brust wirken. Wiederhole diese Behandlung nach Bedarf zwei bis dreimal am Tag. 3. Boxhorn-Klee gegen Mastitis Boxhorn-Klee-Tee stärkt die Haut, fördert die Heilung von Rissen und wirkt gegen Brennen und andere unangenehme Symptome, die durch die Entzündung entstehen. Zutaten Zutaten Eine Tasse getrocknete Boxhorn-Kleeblätter 15 Gramm Eine Tasse Wasser 250 Milliliter Zubereitung Den Boxhorn mit kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. Danach absieben und so heiß wie möglich verwenden. Anwendung Befeuchte ein Tuch mit dem Tee und lasse es 20 Minuten auf der Brust wirken. Wiederhole diese Behandlung zweimal täglich, bis die Mastitis geheilt ist. 4. Karotten und Honig gegen Mastitis Eine Karotte-Honigmaske kann dir helfen, das Brennen und die Empfindlichkeit der Brüste zu reduzieren. Der Honig hat eine leicht antibiotische Wirkung, die bei der Anwendung auf der Haut helfen kann, Infektionen zu behandeln. Zutaten Eine Karotte 2 Esslöffel Honig 50 Gramm Zubereitung Mixe zu Beginn die Karotte, bis du eine dicke Paste hast. Anschließend mit dem Honig vermischen. Anwendung Reibe die Maske auf die betroffene Brust und lass sie 20 Minuten einziehen. Danach mit warmem Wasser abspülen. Wiederhole diese Prozedur zweimal täglich. 5. Ringelblume gegen Mastitis Die antibakteriellen, entzündungshemmenden und heilenden Eigenschaften der Ringelblume beruhigen Schmerzen und vermeiden Komplikationen. Zutaten 2 Esslöffel Ringelblumen 30 Gramm Eine Tasse Wasser 250 Milliliter Zubereitung Die Ringelblumen mit siedendem Wasser überbrühen und ziehen lassen. Absieben und anwenden Anwendung Ein sauberes Tuch mit dem Tee befeuchten und auf die Brust auflegen. Nach 20 Minuten Wirkzeit abnehmen Wiederhole die Behandlung dreimal täglich. 6. Malve gegen Mastitis Auch Malven sind sehr effektiv gegen Entzündungen und Schmerzen. Mit der äußerlichen Anwendung kannst du auch die Durchblutung des Brustgewebes verbessern und die Heilung fördern. Zutaten 2 Esslöffel Malvenblätter 30 Gramm Eine Tasse Wasser 250 Milliliter Zubereitung Die Malvenblätter bei niedriger Temperatur 5 Minuten köcheln lassen. Danach noch etwas ziehen lassen und dann durch ein Sieb gießen. Anwendung Ein Tuch mit dem Tee befeuchten und auf die Brust auflegen. Nach 20 Minuten Wirkzeit abnehmen und die Haut mit warmem Wasser waschen. Die Mastitis sollte auf jeden Fall behandelt werden, um Komplikationen zu vermeiden. Besprich alle Behandlungsmöglichkeiten mit deinem Arzt. Schmerzen